Musik Ich fahre seit einem halben Jahr Flyer und bin total happy damit. Ich habe mich im Zweiradelsener beraten lassen. Ich habe mein Auto verkauft und einen Flyer gekauft, weil ich meine Kinder in den Kindergarten bringe und nachher mit dem Velogang arbeiten gehe. Wir wohnen in Höng, wo alles am Berg ist und das ist der perfekte Ersatz für mich. Ich brauche kein Auto mehr. Also, ich mache jetzt den Veloanhänger. Das ist ein Schnellverschluss, den Herr Elsener installiert hat. Mit dem hat man in Sekundenschnelle den Veloanhänger bereit. Die Veloanhänger Der Zweiradelsner steht für mich für eine professionelle Beratung. Er hat mir geholfen, das richtige Velo zu finden. Und jetzt zeige ich euch, wie steil man mit dem Flyer da rauf fahren kann. Sie sehen, ich schnaufe nur wenig mehr und fahre trotzdem bequem einen der steilsten Höger in den Höngtour rauf. Untertitelung des ZDF, 2020